Bei diesem angesagten Flammenlook wird uns ganz warm ums Herz. Ich zeige dir mal, wie wir die Nailart gemacht haben. Zuerst streichst du eine dünne Schicht Grundiergel Ultra Bond aus der Jolifin Laveni Serie auf den vorbereiteten Nagel. Das Grundiergel härtet in 60 Sekunden im Dual UVA LED Lichthärtungsgerät Power aus. Lege danach eine Jolifin Laveni Schablone Professional an den Nagel an. Jetzt verlängerst du den Nagel mit dem Fiberglasgel Milky White. Lass dann 60 Sekunden aushärten, entferne erst die Schablone und dann die Schwitzschicht. Feile den Nagel anschließend in Form. Die groben Feilspuren glättest du mit einer Bufferfeile. Mit dem Jolifin Laveni Staubpinsel Supersoft entfernst du den Feilstaub. Jetzt positionierst du die Jolifin Aurora Sticker Flame Ice auf dem Nagel. Drücke alle Kanten gut an und schneide die überstehenden einfach mit einer Schere ab. Danach versiegelst du den Nagel mit dem Jolifin Laveni Versiegelungsgel mit UV-Schutz. Lass nun wieder aushärten. Für einen perfekten Halt wiederholst du den Auftrag des Versiegelungsgels und lässt ein letztes Mal aushärten. Bist du auch Feuer und Flamme für diesen Look? Dann probiere es doch einfach mal aus. Bis bald, deine Anna. Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück. Weisselstück 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 Weisselstück